Jetzt weiter mit Personenverhandlung, Sabine. Die Kripo Bochum sucht einen Mann, der seit über 20 Jahren durch raffinierte Betrügereien auffällt und auch mehrfach dafür verurteilt worden ist. Er heißt Kurt Fram, tritt aber mitunter auch als Udo Fieten auf. Der neueste Trick, mit dem er unterwegs sein soll, er stellt sich bei seinen Opfern, meist arglosen Leuten, als Versicherungsvertreter vor und erfreut sie mit der Nachricht, dass ihre Lebensversicherung fällig sei. Dabei präsentiert er einen Verrechnungsscheck mit einer hohen Summe, der sich später dann allerdings als ungedeckt erweist. Im Gegenzug verlangt er für die angebliche Versicherungssteuer einen kleinen Barscheck, in der Regel zwischen 100 und 500 Mark, den er auch oft bekommt. Bevor er diesen Barscheck dann einlöst, fälscht er ihn auf höhere Beträge hoch. Kurt Fram, der zeitweise eine Brille trägt, ist 47 Jahre alt, 1,85 groß und kräftig. Er hat dunkle, graumelierte Haare und braune Augen. Zuletzt trug er einen buschigen Oberlippenbart. Für Hinweise, die zu seiner Festnahme führen, ist eine Belohnung von 2.000 Mark ausgesetzt. Hinweise bitte an die Kripo in Bochim. Für die nächste Verhandlung ist die Kripo Wuppertal zuständig. Dem Gesuchten wird neben schweren Diebstahl auch versuchter Mord vorgeworfen. Sein Name, Klaus Detlef Wolf. Er soll im Februar 1989 zusammen mit mehreren Komplizen in ein Geschäft in Rehmscheid eingebrochen sein. Die Tat wurde jedoch bemerkt. Noch bevor die Täter das Gebäude verlassen konnten, war es von der Polizei umstellt. Ein Mittäter konnte festgenommen werden. Klaus Detlef Wolf schoss sich, so die Polizei, den Fluchtweg frei, wobei ein Passant und ein Polizeibeamter verletzt wurden. Der Gesuchte ist 41 Jahre alt, 1,81 groß und schlank. Er hat braun-schwarze Haare und grau-grüne Augen. Den Bart, den er auf dem linken Foto trägt, soll er sich inzwischen abgenommen haben. Eventuell tat er es sich heute mit einer Brille. Für Hinweise, die zu seiner Festnahme führen, ist eine Belohnung von 3.000 Mark ausgesetzt. Zuständig, wie gesagt, die Kripo in Wuppertal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017